Hallo, es ist Tag 3 und es geht um Spitze, oder? Ja, es ist Lockdown light. Das heißt, ja, ich kann es nicht ändern. Das heißt, ich muss arbeiten fahren. Das ist sehr nett. Karl, sprach die Frau Mama, ich gehe fort und du bleibst da. Sei hübsch, ordentlich und fromm, bis nach Haus ich wiederkomme. Und vor allem Karl, hör, trinke nicht die Flaschen leer. Es wird eine Zeit kommen, ich verspreche das, wo wir beide wieder vereint miteinander spielen.